so hallo und herzlich willkommen zurück bei forest wg mit dabei heute ich natz dich und die mina hallo und wir haben gesagt wir stehen hier glory hole und mina wollte uns in der höhle führen angst mit der axt ganz dicht vor mich hatte eben hat so ein bisschen angst ich dachte mach ich wollte schon machen aber irgendwie hat der moment nicht geklappt ich habe schon wieder kein stamina mehr fast was trinken dazu trinken habe ich nichts mehr was zu essen das ist ungünstig noch mal koffer aufmachen wenn wir welche finden genau irgendwo soll ja hier eine absturzstelle sein vielleicht das wäre natürlich sehr sinnvoll doch keine essensriegel oder habe ich eine ganze menge denn ist doch davon ein jaja jetzt geht es ja noch also aktuell geht es noch ein drittel da wo die namen sind wie er sprintet immer die ganze ich natz dich leuchtet rot ja siehst aus wie so ein wie so ein spacko da ich beleuchtet voll rot was mit lehran richtig ich will auch mit lehran machen habe ich eine sind die ja habe ich tatsache ob die mit flair ja er du siehst ja gar nichts mehr mit flair das ist ja das ist ja das behindert was ich jemals gesehen habe kann dir die nicht bisschen runter ach so macht man das na gut das lassen wir mal lieber sein das ist das schon wieder dunkel und ich habe alles vor den freckl die sehen wir die sind ja beleuchtet dann bewerfen wir sie mit flair das wollte ich eh schon mal machen es sind nicht alle freckles beleuchtet die ganz stinkt nur meinen freckles sie haben keine lampe ich bin mal voll in einen reingelaufen er hat sich erschreckt ich habe mich erschreckt und ihr wisst was dann passiert ist und ist er tot gewesen ich glaube nicht ich bin schreien weggelaufen wo sind wir jetzt eigentlich am wasser ok mit felsen ja und sowas ja ich gucke hier schon um irgendwo was ist es zu sehen sind aber ich sehe noch nix leuchten warte mal kurz ich muss man schnell so und so ein riegel hier futtern nehmen auch mal eine dose oder so ein riegel geht auch ich habe zwei riegel gefuttert jetzt geht's wieder ich glaube da oben ist das große freckledorf oder mich jetzt nicht irre aber die umstellung der grafik engine hat schon ausgebracht ja die shader sind noch so ein bisschen abgehackt hier irgendwie gerade was das modlicht angeht das ist nur so aber es ist teilweise schon echt cool aus wenn es durch die bäume durchschauen es schon so ein bläulicher regenbogen so sieht das aus gerade ja das stimmt aber wenn du so im wald bist und es scheint so durch die bäume durch sieht es aus wie bei arktik also es hat schon was gebracht die engine zu wechseln ändern so haben wir gleich wieder alle so viel durst entschuldigung ich habe hier nie durst minna hat denn den übercharakter den op-charakter ja ausdauer geht halt runter aber durst habe ich hier nicht durst ist ja diese wasserblase oder oder sich das falsch die habe ich nie also die geht mir leer ich habe den arschloch account das ist sowieso so was mit stehen bleiben hier ist ein wind suche also ich habe gerade wind sucht er muss irgendwo eine höhle sein hier war auf jeden fall ein freck ist gerade weg gelaufen ja hier kann irgendwo ja aber ob die haben wir die jetzt finden lassen wir gucken also jetzt habe ich hier noch ein wind sucht also irgendwo muss sein hier vielleicht in der seite in der seitenwand drin ich höre denn auch ja hier ist glaube ich noch irgendwo ein windzug ich höre sie hier oben drauf bären ich komme hier nicht drauf da ist ein wasserlauf ist da irgendwie an erdrutsch ich glaube die ist zu ein wild schwein angsthaft diesen wild schwein alex es läuft zu dir ich höre hier auch was hier ein ganz starker wind so was hier hier wo ich bin vor allem hier oben auf hügel kuppe auch aber ich glaube ein freggeldorf fliegende tische irgendwo das große eins der großen dörfer das ist ein kleines dorf ist ja ein großes haus wir werden hier drunter die höhle werde ich weiß nicht ob man das so ob dann das daran genau ausmachen kann also ob man da näher ab die lauf ist lauter wird wenn man da näher kommt das weiß ich nicht so genau ich würde sagen da unten war eine höhle aber da ist irgendwie ein erdrutscht gewesen ich würde sich auch sein dass er zugerutscht ist ja hier ja das könnte sein ja dieser noch da oder ja da kann man theoretisch dann noch ein wo oder nee wie wieso hat man da jetzt eine flair angemacht hä ich auch wie lustig der macht ja sachen irgendwie schon also die höhle ist auf jeden fall zweiter taschenlampe angemacht ja weil du keine flares hast da hier gibt es fische geil hunger wo ist die wildsau wo ist mein speer ist weg wo ist mein speer ist weg mein speer ist weg ich bin schockiert jetzt habe ich jetzt habe ich fische gefunden und kein speer das ist ein hasen keine wildsau das ist ein wildsau aber nee ich sehe auch kein wildschwein also oh weitergehen ja hier gibt es auch jede Menge zu essen wer man zu essen kann ja hab mal wie ein bisschen durch Haut aufgetragen da ist ein wildsau hä das ist ein Reh bei mir echt ich sehe gar nicht von beiden bei mir ein paar vögel ich habe das gefühl ihr verarscht mich wenn ihr das dann gucken ich nebst ich nebst ja auf wer weiß hier steht die wildsau und hier oben ist so dieses doof kleine dorf weil hier ist es nicht wo diese eine höhere gedreht hat oder nach oben ist doch grog oder gewesen in seinem ersten teil hier hinten ist auch die eine abstoßstelle hier sind auch diese schädel mit der kamera im mund drin wo ich habe eine flair gefunden ich habe doch die kalte gerade gefunden wir können eventuell noch seile mitnehmen da drin noch eine flair da ist keins mehr doch ein geigen hängt hier jetzt habe ich das soll mitgenommen wir sind da oben da liegt einer irgendwas drauf da liegt einer was rum irgendwie liegt da überall was rum wo geht die kreuz stein bist du komisch aus also das effekt kann ich nicht kaputt machen das konnte man mal ne die pilze sind nicht so lecker ich hatte gerade welche die waren lecker hat mich geschubst draufgepinkelt und ich habe sie dann gegessen und deswegen hat er so rumgespuckt nein 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 das kannst du so auch nicht sagen kann ich nicht nein so wo müssen wir jetzt überhaupt hin ich gehe mal in richtung haus runter der haus ist unser strand gewesen genau da möchte ich an da war nämlich mal eine höhle ich hoffe die ist da noch wahrscheinlich wahrscheinlich laufen wir die ganze zeit dran vorbei und wir kriegen dann in den kommentaren so ihr blindnüsse ja die sie ist ja eigentlich nicht so einfach da unten ist noch ein dorf größeres links 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 das aber auch neu ist neu oder was für eine hit ne der weg dahin ist neu hier sind auch jede menge koffer und blumen und pflanzen und was hängt hier denn ab stoff stoff fetzen hängen hier irgendwelche armstücke und so und bisschen fleisch zum trocknen dass es haltbar macht und so ist ja legitim ich würde mein fleisch auch aufhängen so ein bisschen arm und ein bisschen fuß hier ist ein topf ich habe ein topf ich habe ein paar oh ich habe noch eine taschenlampe sehr gut und ich wollte das Feuer hier anzünden das ist kein Feuer hier liegen angekuckelte Leichen lecker ja das Ding hier überall rum und eine Flair und ein Schädel ich habe Geld gefunden damit kann man Bomben bauen mit Geld? mhm ja aber nicht mit Geldschein achso ne ich habe einen Schädel gefunden ich auch ja aber nicht mal ein Koffer und noch ne das war ein Stein ich war zu saufen ach das ein Köfferchen hier ist noch einer zu sooo aber hier ist doch schön so schön idyllisch ne? ja bis die Freggles kommen wahrscheinlich bis die Freggles kommen wie immer halt Gesundheit ja ich habe nur noch kein scheiß Seil ehrlich nicht die hängen doch da rum wo denn? in den Hütten nö ja aber wir sollten ja noch weiter zu einer Höhle also ja ok blaue Bären sind gut blaue Bären sind gut das sind weiße Bären die sind nicht gut die sind voll bei mir ist hier also das was ich kackt gegessen hat war nicht gut haha das hat ihm wohl nicht geschmeckt also hier sind blaue Bären also hier sind blaue Bären die Frage ist doch wo ist jetzt hier so eine doofe Höhle die sind meistens irgendwie am Wasser oder da wo ähm Gronkh sein sein Camp die ganze Zeit hatte da weiß ich ungefähr wie man zur eingeborenen Höhle kommt also hier sind wir jetzt mal unten auf jeden Fall ja und das Schiff ist wieder nicht da bei mir doch bei mir schon bei mir ja dann hab's ihr schön ich hab keins ich geh mal fixe gucken ob die Axt drauf ist ja die Axt ist drauf ja weil ich bis jetzt noch nicht gestorben bin vielleicht deswegen oh Köfferchen kloppen Schnapsflasche Kaugummi aber wo halten sich die wenn die Dörfer die ganze Zeit leer sind wo sind die ganzen Einbunden geborenen während der Zeit die spawnt keine Ahnung also angeblich sollen die ja irgendwo Patrouille laufen aber so genau die haben sich irgendwo die lieben irgendwo am Strand pfff und sonnen sich genau das Wasser ist hier voll oh da ist eine Axt sehr schön das Wasser ist hier voll trüb pass mal auf während wir hier unterwegs sind äh gehen sind die machen die bestimmt Party bei uns in der Base ja wahrscheinlich so was ja ach hier ist ein Feuerchen das könnte ich auch mal anzünden dann könnte ich auch mal zu essen da liegt doch ein toter Freckel gleich sehe ich es hier äh taust du mal wieder auf du Alter seid ihr mal untergetaucht ja immer untertauchen und kurz vorm wieder auftauchen dann macht er das ist sehr witzig sehr witzig bleib stehen da bleib stehen was hast du denn an der Hand gehabt ist der Freckel ist weg ja der liegt hier hinten bei mir noch echt bei mir liegt jetzt auch wieder da hinten den hab ich grad nach vorne getragen haha oh ne so Höhle suchen oder ja jetzt lass mich mal überlegen aber in der nächsten Folge wo waren schon die Leute steinigen uns schau mal das Ding hier fertig grad ich hab grad noch ein paar Dinger übrig oh guck mal wir kriegen Besuch ich finde wir sollten schnell die Folge beenden wo ist er ich hör ihn noch nicht ich hab ihn noch nicht ich hab ihn nur gehört da hinten Ränder oh ja da hinten im Wald oh das sind 5,6 ja ja und lass du doch kommen dann wird die Folge aber nicht beendet wenn die hierher kommen nicht hier irgendwo ein Stein den ich nach denen schmeißen kann der kommt der guckt doch nur das ist eigentlich sie ja die guckt doch nur die hat ne Fidschi aufgestellt ich jetzt ess mal nen Schokoriegel ich geh in die Hütte rein es sind 5 da waren wir letztens auch und da sind wir dann gestorben in der Hütte ich nicht aber wenn wir uns hier ruhig verhalten dann sehen die uns hier vorne kommt mal einer weiter rüber da ich krieg die Tür nicht zu mach zu die Tür äh die hängt fest in deiner Axt jetzt oh Mist sie haben uns gesehen oder? weiß es nicht also ich hab's also ich hab's blingen gehört und einer guckt ein bisschen schron oh da kommt grad ne dickbusige Olle ich seh nix weil hier da 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 ich natz dich seine Rübel noch oh ja ich frag mich gerade ob ich das äh ob ich hier die Nippel weg machen muss ne glaub ich nicht oder? weil die haben die sind schon ganz schön nackig du jetzt sind es gleich 3 ey sind das Amazonen oder was? ne das sind halt die Ureinwohner die Kannibalen es sind aber nur Weiber wo sind denn die Männer? die sind hinter uns ich hab einen Vogel auf meiner Hand sitzen ich hab einen Vogel auf meiner Hand ich seh's richtig die Männer müssten eigentlich hinter uns sein das Problem ist jetzt wenn die uns jetzt gesehen haben gehen die nicht mehr weg mit ein bisschen Pech ich könnte ja gehässigerweise einfach mal speichern weißt die alte man hat die komische Frisur bisschen ja oh hab ich dich getroffen? das ist ja doof Entschuldigung hallo ich komm hier nicht mehr raus aber die hat mich gehauen ja das hab ich gesehen auch mich hat auch irgendwas gehauen ich komm hier nicht mehr raus ich will hier raus lass mich raus ich will Medikamente nehmen ich will raus Aua, Aua, Aua! Aua! jetzt läuft sie weg ja oh jetzt kommste wieder ich möchte furchtbar gerne aus der Hütte raus wieso geht das nicht? ich hau dir jetzt aufs Maul mach mal die Tür für mich ja mach mal lass mich raus, danke los auf die Fresse gibt's jetzt hier sind in noch zu viert das ist die blöde Schlampe ich schritte die männer sind wirklich die männer laufen dahinten weg Wir haben einen Fidschi aufgestellt. Warum das eigentlich? Nee, wir haben das aufgestellt. Die oder wir? Das Fidschi, das hier vorne ist von uns. Da ist der andere. Da hinten steht eins. Am Waldrand. Alter, ist die schnell. Sieh, wie dein Kumpel brennt, du Spacko. Aua. Ich treffe den gar nicht. Aua, die haupt mich. Die hat mich umgebracht, die blöde Kumpel. Hau ihn, hau ihn. Schlag ihn nieder. Der läuft weg. Hier vorne liegt jetzt auch schon wieder ein Toter. Äh, Bayer, ach du bist tot, ne? Ja. Die Schlampe hat mich erschlagen. Oh, wo kommt der denn her? Zehn Tage habe ich überlebt. Hinter dir, Amina. Ich wollte Bayer eigentlich retten. Das hat nicht geklappt. Sammel hier gerade mal an uns ein. So, du Miststück. Stürm. Der ist tot. Die lebt noch, die atmet doch. Gleich nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So. Also ich persönlich bin so gut wie tot. Und da hinten kommen die nächsten. Also ich habe noch genug Leben. Dann nimm noch Medikamente. Nehme ich gerade, aber ich habe leider keine Rüstung. Warum auch immer. Die wird mir im Inventar nicht angezeigt. Das ist ja begeisternd. Wir räumen hier ein paar Köfferchen aus und dann sprinte ich zu euch, weil es ist nämlich nicht weit von der Hauptschutzstelle. Das ist gut. Also bei mir sind jetzt hier keine mehr. Die sind alle abgehauen. Ja, sind alle weg. Ich sehe auch keinen mehr. Ja, die Leichen sind auch weg. Haben sie die aufgegessen? Hier war es. Ganz selten. Manchmal ziehen die die mit. Ja, dann müssen sie mitziehen, müssen sie aber hierher kommen. Vielleicht war da ja irgendeiner, den wir nicht gesehen haben, so in unserem Rücken. Oder sie sind einfach verschwunden. Bei dem Spiel weiß man ja hier immer nie. Ja, aber erstmal sollten wir, glaube ich, mal die Folge werden. Warte noch einen Moment. Hi, Mina. Hi. Ich wollte Bayern noch abholen. Die liegt doch irgendwo da unten, oder? Nein. Nee, da liegt nichts mehr. Doch, da liegt mal Leichen. Achso, du kannst ihn noch sehen. Jetzt ist er weg. Dann hast du deine Sachen aber bestimmt jetzt wieder. Nö. Ungünstig. Jo. Das Spiel verarscht dich ein bisschen. Ja, das ist echt so. Du mal hier die ganzen Leichen nur rumstehen hier. Bei mir sind keine Leichen. Bei mir auch nicht. Oh, jetzt, jetzt wo du draufgeschlagen hast, ist wieder eine da. Und hier ist die andere Bitch, die mich umgebracht hat. Die hab ich umgebracht. Ich hab dich gerecht, Bayer, ich hab sie in Stücke gehauen. Jetzt ist sie auch da. Oh cool, jetzt liegt hier von dem hier nur noch ein Stück Blut. Wie lustig. Von mir ist nix mehr da von meinem Tod. Auch mein Todes, doch mein Todesding ist noch da. Vielleicht bist du runter in den Sand gerutscht. Das kann natürlich auch sein. Werd' gebackt. Wir müssen jetzt Tschüss sagen. Genau. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.